Wir sind jetzt beim Pauseninterview bei uns Christian Ehrhoff und wir haben eine Unterstützung von der Luisa, die heute mit ihr das Interview führen wird. Ich würde sagen, Luisa, stell mir deine Fragen. Warum hast du dich wieder entschieden Eishockey anzufahren? Ich wollte gerne meine Karriere für Krefeld beenden und vor fünf Jahren habe ich aufgehört, weil ich einfach vom Kopf her fertig war und dann im April, als ich die Playoffs gesehen habe, habe ich aber nochmal richtig Lust bekommen und habe mir gedacht, wenn nicht jetzt, dann nicht mehr und es macht mir riesig Spaß diese Saison. Danke. Und meine zweite Frage wäre, wie fandest du deine Leistung im ersten Drittel? Ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung. Wir führen 2-0, das ist ein sehr guter Start für uns in das Auswärtsspiel und ich hoffe, wir können heute mal die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Danke. Danke dir. Wir sagen danke und geben ab in die Werbeunterbrechung und dann sehen wir uns im Studio wieder. Danke-Gerbache. Danke. 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 Danke l Danke. Danke.